Okay, meine Freunde, hier ein kleiner Einschub, was die Security angeht zu EJS und natürlich Express. Wir betreiben hier Server-Side-Rendering, das heißt, wir packen quasi Dateien oder Informationen aus dem Backend in unser Frontend rein. Und immer da, wo wir das tun, kann was passieren. Vor allem immer da, wo wir halt unsichere Informationen übertragen. Also nehmen wir zum Beispiel an, wir haben einen Namen in unserer Datenbank. Dieser Name in unserer Datenbank ist jetzt mal ausnahmsweise nicht Bob, sondern unser Name in unserer Datenbank ist das da. Und ich meine eigentlich ohne das, sorry, jetzt. So, das heißt ein Script Alert XSS, also quasi ein JavaScript. Wenn wir das hier in unserer Datenbank als Benutzernamen haben, das kann ja durchaus mal vorkommen. Es kann ja passieren, dass Leute ihren Namen wie ein JavaScript benennen. Das ist ein gut bekannter Angriff, nennt sich Cross-Site Scripting, deswegen steht hier auch XSS drin. Und ja, ist eigentlich relativ häufig. So, und wenn wir jetzt unseren Bob als Benutzernamen eben nicht mehr haben, sondern eben diesen Namen in unserer Datenbank finden und dann auf der Webseite ausgehen, dann passiert gar nichts. Das ist das Tolle dabei. Dementsprechend, ja, ihr habt hier eigentlich keine Bedürfnisse oder kein, es ist nicht schlimm, wenn das hier passiert, ja. Es ist in Ordnung, wenn jemand das macht. Es wird halt einfach so ausgegeben, so wie es halt sein soll. Das nennt sich Escapen, das heißt Express beziehungsweise EJS kümmert sich darum, dass kein Cross-Site Scripting Angriff auftaucht. Ihr seid aber natürlich dann absolut, naja, ihr müsst halt mega drauf achten, ob irgendwie ein Patch oder sowas für Express, für Node, für EJS oder sowas rauskommt. Und müsst das dann natürlich immer auf dem neuesten Stand halten, falls irgendwann mal tatsächlich so eine Schwachstelle rauskommt. Da gibt es ja noch ganz, ganz viele Tricks, die hatte ich ja alle mal vorgestellt, wie man eben solche Filter umgehen kann. Aber im besten Fall, ja, habt ihr damit keine Probleme. Jetzt nehmen wir aber an, ihr wollt, also sagen wir einfach, wir haben Bob hier und ihr wollt hier einen gewissen Teil an HTML, ja, an HTML wirklich ausführen. Das ist in eurem Interesse. Also sagen wir einfach mal, ihr wollt dieses JavaScript hier ausführen und das steht so in eurer Datenbank drin. Das ist Absicht, dass das da drin steht und ihr müsst das genauso auf eurer Website haben. Muss ja kein JavaScript sein, kann ja auch einfach normales HTML sein. Ihr seid euch 100% sicher, dass ihr das haben wollt, ja, dass das auch wirklich sicher ist und dass niemand da reingrätschen kann und irgendwas daran verändern kann, sodass es halt am Ende wirklich bösartig wird. Wenn ihr euch damit sicher seid, dann könnt ihr auch HTML auf der Webseite direkt ausgeben. Das heißt, ihr könnt das Ganze eben ohne Escapes hier als EJS einfach mit rendern. Das heißt, ihr könnt hier sagen, hey, ich würde ganz gerne hier die Variable HTML mit ausgeben. Und wenn ich das jetzt natürlich starte, kriegen wir keinen Fehler. Warum kriegen wir keinen Fehler? Das liegt einfach daran, dass ich hier, Sekunde, lasst mich kurz ein Beispiel nach dem anderen machen. Ich mache hier mal ein H1 Alert draus. So. Und wenn ich das jetzt hier ausgebe, dann haben wir hier ganz normales HTML ausgegeben. Also das kann ich auch durchaus machen. Wenn ich, also das nochmal kurz, um den Unterschied zu betonen, ich habe hier ein Minus gemacht und kein Istgleich. Wenn ich ein Istgleich mache, wird Escaped. Das heißt, wir haben hier ein H1 danach drin. Und das wollen wir halt nicht. Wenn wir es als HTML interpretieren sollen, dann dürfen wir nicht Escapen, sondern dann brauchen wir hier eben dieses Minus. Wenn es User-Eingaben sind, immer Escapen bitte. Also immer das Istgleich nehmen. Wenn es wirklich euer eigener Code ist und ihr seid euch 100% sicher, dass kein User da jemals drankommen kann, dann dürft ihr das Minus benutzen. Dann habt ihr hier eben auch die Möglichkeit mit HTML, um euch zu werfen. Ihr könntet aber natürlich auch einfach das HTML hier reinschreiben und dann die Information so speichern. Aber manchmal hat man eben das Bedürfnis, dass man eben das hier schreiben lassen kann. So. Jetzt der nächste Schritt ist natürlich hier. Warum hat es mir den Alert hier gerade nicht als JavaScript angezeigt? Naja, ganz einfach. Und die Antwort ist natürlich, weil wir es in Helmut direkt gesperrt haben. Also wir können hier kein JavaScript ausführen, weil wir halt Helmut gesagt haben, Hey, es ist schon okay. Ich vertraue dem Ganzen nicht. Mach du das mal für mich. Dementsprechend haben wir das hier natürlich absichtlich ausgeschalten. Wir können jetzt allerdings hergehen und sagen, okay, wir wollen hier tatsächlich Helmut so verwenden, dass wir hier eine Content Security Policy verwenden, die erlaubt, dass wir JavaScript noch embedden. Das geht. Und das machen wir über die sogenannte CSP-Norms. Also wenn ihr das wirklich, wirklich machen wollt, das hat jetzt eigentlich nicht besonders viel mit dem Ganzen zu tun, aber es hat was mit Security zu tun. Heute geht es da ein bisschen drum. Okay. Also, was wir machen ist, wir benutzen als allererstes mal eine neue Middleware und packen die sogar noch über Helmut, weil wir nachher die ganze Konfiguration in Helmut brauchen. So, dementsprechend, Helmut ist ja im Endeffekt auch nur eine Middleware. Das ist App.use, das kennt ihr ja jetzt mittlerweile. So, also wir sagen hier Request, äh, Response und das Next Object und die bilden wir ab auf das da. So. Ähm, okay. Und was wir jetzt hier drin machen ist im Endeffekt, wir machen nichts weiter als res.locals.csp-nons zu definieren. Ähm, diese csp-nons, das ist eine Variable, die wir uns ausgesucht haben, die ist aber tatsächlich von uns definiert und werden wir überall benutzen. Ähm, und hier sagen wir dann einfach mal crypto.randombytes eigentlich, nicht random values, von, ich hätte gern 16 Bytes und möchte die gerne als String speichern und zwar als hexadezimal String. So, ähm, jetzt machen wir erstmal noch kein Next, sondern wir loggen uns das einfach nur mal, damit ihr seht, was hier passiert. Console.log von, ups, ei, 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 von res.locals.csp-nons, csp-nons. So, ähm, was hier passiert, schauen wir uns jetzt ganz kurz mal an. Und zwar, wenn ich das hier aufrufe, kriegen wir hier natürlich ein, ah, kriegen wir natürlich erstmal ein Non-Defined Error. Ähm, dann müssen wir noch ganz kurz hier einmal kurz crypto requiren. Require von Krypto. So, ähm, und wenn wir jetzt hier kurz einmal aktualisieren, ja, dann kriegen wir keine Antwort, aber wir kriegen hier unten, ähm, einmal kurz zwei Nonces ausgegeben. Ihr seht jetzt, wie so eine Nonce aussieht, ja? Und jedes einzelne Mal, wenn man diese Website anfragt, ist es eine neue Nonce. Das ist der besondere Part da dran. Das heißt, wir wissen jetzt serverseitig, nur serverseitig, wie diese Nonce aussieht. Wir wissen aber im Vorfeld nicht, wie sie aussieht. Wir speichern sie uns nicht hart irgendwo rein, sondern wir wissen halt einfach, okay, es wird irgendwie eine Nonce geben und die steht in res.locals.csp-nons. So, und das ist meine einzige Middleware hier, die ich hier setzen möchte. Ich setze einfach nur diese Variable und in Helmet selbst sage ich jetzt, okay, hey, ähm, du bekommst die Content Security Policy. Ähm, und zwar, ähm, setzen wir hier einfach useDefaults auf true. Das ist erstmal der Standard, den setzen wir. Und dann sagen wir, okay, jetzt wollen wir noch die Direktiven ein bisschen verändern, damit wir hier auch wirklich JavaScript überhaupt ausführen können. Und, ähm, hier drin sagen wir jetzt, welche JavaScripts eigentlich in Ordnung sind. Ja, das bedeutet, wir sagen hier, Scriptsrc hat folgende Werte. Also, welche, welche Skriptquellen sind denn eigentlich erlaubt? Naja, welche Skriptquellen sind denn erlaubt? Ähm, wir haben einmal hier natürlich self, Achtung, mit Anführungsstrichen. Das ist, äh, wichtig, sonst funktioniert das nicht. Und wir haben das nächste, und hier kann man auch wieder einen Regress reinpacken. Regress wird abgebildet auf, Achtung, ähm, kein, ähm, keine Funktion in dem Sinne, sondern wir sagen hier einfach, wir hätten ganz gerne die, ähm, Nons gesetzt auf, naja, Dollar von res.locals.csp-nons. Ähm, das waren irgendwie die falschen Klammern. Äh, Sekunde. Ähm, und hier nochmal. So, ähm, jetzt. Also, das ist im Endeffekt, ähm, wir wollen hier diese csp-nons quasi fordern von unseren, von unseren Skripten. Und in unserem Skript, also jetzt mal ganz kurz das Ganze speichern und neu starten, funktioniert natürlich immer noch nicht, weil wir diese Nons, äh, noch irgendwie brauchen. Und das steht hier auch hinten dran. Order Nons, bla bla bla. Und die müssen wir jetzt noch hier einfügen. So, also das heißt, wir haben jetzt, ähm, Helmet gesagt, ey, guck mal, diese Nons, die sich übrigens jedes Mal ändert und die man nicht vorhersagen kann, die ist in Ordnung, wenn die Skripte die haben. Und die Skripte, naja, die haben die natürlich noch nicht. So, das heißt, was ich jetzt hier unten mal mache, ist folgendes. Ich nehme hier meine csp-nons, ähm, das heißt, ich kann hier eine, eine, eine Nons reinpacken, und zwar aus csp-nons. So, ähm, Mons ist gleich, und jetzt packen, ähm, ja, jetzt packen wir hier dieses Skript-Tag rein und lassen das einfach ausgeben. Na, komm, so. Okay, und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Jetzt wird nämlich mein Skript hier unten ausgeführt. Was ist passiert? Also, ähm, wir haben unserem Skript hier eine geheime Zahl, sozusagen wie ein Passwort gegeben. Und das Passwort, das läuft sogar übrigens hier im Browser, ja. Das steht hier im Browser drin, ähm, also im Endeffekt, gut, es steht nicht komplett drin, aber es würde drin stehen, also es wird mit übertragen und ich kann das theoretisch lesen. Diese Nons ändert sich aber jedes einzelne Mal, wenn ich meinen Browser refreshe, wenn ich, wenn ich irgendwas mit der Website mache, dann ändert sich die Nons und mein Server bekommt hier seine eigenen Nons jedes Mal neu definiert. Die setze ich hier oben in die Locals rein, dementsprechend kann ich im EJS drauf zugreifen und hier drüben sage ich, ey, übrigens alle Skripte, die Self sind, ist kein Problem. Übrigens auch alle, die eine Nons haben, die diese Nons hier ist, sind für dieses Mal kein Problem. Aber das ändert sich ja jedes Mal, dementsprechend kann ein Angreifer das nicht vorhersagen. So, und, ähm, ja, das ist jetzt im Endeffekt, ähm, eine, eine tolle Möglichkeit und was jetzt passiert, ist folgendes. Also, warum ihr das so machen solltet und nicht einfach sagen solltet, ey, Helmut, lass mal Content Security Policy raus, ähm, das wäre nämlich die gefährliche Option. Wenn ihr das sagen würdet, dann würde hier unten dieses JavaScript, was zum Beispiel ein Benutzername sein könnte, was ihr dummerweise als Minus eingebunden habt, das würde ausgeführt werden. Merkt ihr was? Aktuell wird selbst das Skript hier nicht ausgeführt, obwohl es hier drin steht, weil wir eben diese Content Security Policy hier drin haben. Das ist das Tolle dabei. Wir haben dieses gefährliche Skript dummerweise sogar ausgegeben, weil wir dumm sind, ähm, und hier aus Versehen ein Minus genommen haben, aber mit einem Gleich wäre das nicht passiert. Das wäre das eine, ja, eine, die eine Sicherheitsmaßnahme. Die zweite Sicherheitsmaßnahme ist aber Helmut. Helmut sagt, ey, wenn das Skript hier nicht diese Nonce beinhaltet, dann akzeptiere ich das trotzdem nicht. Und das ist der besondere Teil hierbei. Ähm, ich kann hier jetzt natürlich, wenn ich wirklich weiß, ich möchte diese Nonce hier drin haben, dann kann ich mir diese Nonce hier auch reinschreiben, ähm, und zum Beispiel, wo ist sie denn? Ähm, eigentlich wollte ich hier einen Formal String reinbauen. Ähm, so. Ähm, Dollar von, von res.locals.csp.nonce. So. Das sollte doch eigentlich funktionieren, oder? Ähm, genau. Jetzt haben wir hier tatsächlich eigentlich sogar die Nonce drin. Ähm, ich schaue nochmal ganz kurz. Okay, offensichtlich war ich zu dumm für den, ähm, für den richtigen Formal String. Es tut mir leid, ich habe es jetzt hier einfach mal als billigen String gemacht. Und ja, wenn ich jetzt die Seite neu lade, dann wird mir hier dieses Alert angezeigt. Wunderbar. Das heißt, ich kann jetzt hier, wenn ich möchte, auch absichtlich JavaScript, HTML und was weiß ich was alles in meine, ähm, in meine EGS, EJS-Datei reinbauen, wenn ich das wirklich möchte. Aber es gibt doppelte Security-Maßnahmen. Einmal durch Helmet, dadurch, dass wir hier einmal die Content-Security-Policy einhalten müssen und einen Nonce generieren müssen. Und die zweite ist hier drüben, wenn wir nämlich gleich machen, dann wird escaped. Das heißt, alle Spezialzeichen werden trotzdem ganz normal als HTML abgedruckt, ähm, und, ja, werden nicht interpretiert vom, vom, äh, Client. Also sprich, kein JavaScript wird ausgeführt, weil man damit eben fiese Dinge machen kann, wie Cookies klauen und so weiter und so fort. Wenn ich ein Minus schreibe, dann wird hier tatsächlich nicht drauf geachtet, was da drin steht, sondern dann wird das Ding als HTML interpretiert. Egal, ob da jetzt ein Script-Tag drin steht, egal, ob da jetzt ein H1 drin steht, wie auch immer. Aber man sperrt natürlich trotzdem erstmal JavaScript, sofern man eben die Nonce nicht angegeben hat. Und das ist der besondere Teil hierbei. So, ähm, das soweit zur, zur Security ein bisschen und wie ihr dann halt auch JavaScripts noch ausführen könnt, wenn ihr dann wirklich sowas braucht. Aber seid bitte damit vorsichtig. Vertraut auf gar keinem Fall irgendetwas, was vom User kommt. Also, da dürft ihr, wenn, wenn der User selbst angeben kann, was ausgegeben wird, ja, dann niemals mit einem Minus, sondern immer nur mit einem Istgleich, okay? Okay, ähm, das heißt, wenn, wenn ich meinen Namen wählen kann, den Namen auf keinen Fall mit einem, ups, mit einem, ähm, ja, jetzt habe ich es natürlich weggelöscht, mit einem Minus schreiben, den Namen niemals, sondern immer mit einem Istgleich. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, cool. Das, ähm, soweit zu dem Thema und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.